Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, hoi zusammen, willkommen bei Chili TV. Das ist auch eine Vorschau, und zwar für die Väter. Die werden uns auch hier im Chili Studio besuchen. Und ja, vielleicht da gerade einen kleinen Vorgeschmack in Audio, was ihr da im Hintergrund gehört. Das sind die Väter. Daniela kann nicht mehr arbeiten, wahrscheinlich hat sie zu viele Väter gelassen, wer weiss. Nein, aber auf jeden Fall, das wird sicher sehr lustig mit diesen Urgesteinen von St. Gallen. Und ich habe hier auch noch ein paar andere Ausschnitte, die wir vielleicht einmal drehhören könnten. Von den Väter, zum Teil in den drei Weiren, die eine richtige Stimmung machen. Und dann auch bei mir im Studio, haben wir einmal ausprobiert, wie denn das tut. Und sie kommen natürlich dann auch live da im Studio während der Sendung noch spielen. Also schauen wir doch einfach mal rein in die Väter. Und dann schauen wir doch mal rein in die Väter, zum Teil 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 in die Väter. Und dann schauen wir doch mal rein in die Väter, zum Teil in die Väter, zum Teil in die Väter. Ja, und über die Klinge springen müssen wir alle einmal. Und das war zum Beispiel ein Musterchen an den Väter in den drei Weiren. Also viel Spass da, lasst sie mal rein. Arme da, irgendwann werde ich die Arme ausbreiten, ich werde abheben und fliegen, wir werden sehen, ich schaffe das. Jawohl, und so weiter, sie schaffen das, die Väter. Und auch im Studio haben wir natürlich noch gewirkt, aber vorher noch einmal einen kleinen Ausschnitt von den drei Weiren. Ja, hören Sie mal an. Immer schön sein. Bei mir bist du schön. Bei mir bist du wunderschön. Bei mir wirst du dein Leben lang immer schön sein. Jawohl, schön sein wollen wir doch alle. Und da im Studio noch ein letztes Musterchen, wo ihr auch noch ein bisschen reingeschön könnt. Bei mir wirst du dein Leben lang immer schön sein. Bei mir wirst du dein Leben lang immer schön sein. Bei mir. Ja, die Väter, also wirklich das Urgestein von St. Gallen mit einem ganz speziellen Text und so weiter. Und ja, das Ganze auf. Und ich hoffe, ihr werdet auch dreinschauen, wenn die Väter dann auch live noch etwas zum Beste gehen. Und ja, ich wünsche euch weiterhin eine spassige Zeit und bis bald. Chili TV, das Internet TV für Künstler, Kunst und Musik. Chili TV, das Internet TV für Künstler, Kunst und Musik. Chili TV. Chili TV, das Internet TV für Künstler, Kunst und Musik. Chili TV, das Internet TV, das Internet TV für Künstler, Kunst und Musik.